Die Fans sind ein paar Zähne und bitte stellen Sie das Abrennen von Mordbomber und Regalos sofort ein. Sie wissen sicher, wie gefährlich das ist und Sie kennen wahrscheinlich auch die Geldstrafen, die Ihr eigener Verein dafür zahlen muss. Sie unterstützen mit dieser Aktion niemanden, sondern schaden nur sich und Ihren eigenen Vereinen. Bitte stellen Sie das Abrennen sofort ein. Sie unterstützen mit dieser Aktion. Sie unterstützen mit dieser Aktion. Sie unterstützen mit dieser Aktion.